Hallo zusammen, heute Abend ein Tag verspätet mit einem Rocket, ich entschuldige mich, ich habe es gestern einfach nicht auf die Reihe gekriegt, ich habe noch mitgespielt, aber dann war der Tag im Homeoffice einfach mal wieder zu anstrengend und deswegen mache ich es einfach heute, ich hatte Bock drauf, ich bin schon qualifiziert, was eine gute Ausgangsposition ist, aber der Laden ist voll, der Laden ist rappedicke gerammelt voll und deswegen hatte ich trotz alledem Lust, hier nochmal beim Rocket mitzumachen, es ist ja auch ein kleiner Preisgarten, ja und ansonsten tue ich eben etwas mehr in den Jackpot, in der Monatsmission und im Jahresturnier wird es dann ein wenig mehr zu schnappen geben. Ja, erstes Spiel hier gleich, natürlich ein fast krank Hand, aber dann haben wir zwei Reizungen im Spiel und ich habe eine blanke Herz 10 gegen die 20er Reizungen, Caro kann der König auch zu dritt sitzen, also ich weiß jetzt schon, ich bereue es, aber ich will vernünftig sein, ich schaue rein, okay, natürlich keine berauschende Findung, damit ist das Spiel aber logischerweise unverlierbar mit der 10 im Keller, also gucken wir jetzt mal, ob ein Schneiderplan irgendwie geht und nee, ich habe es mir schon gedacht, der Pik war garantiert auch blank, Caro steht zu dritt, Pik steht zu dritt, das muss ja irgendeinen Grund haben, dass so hoch gereizt ist, also begnügen wir uns natürlich. Okay, wir versuchen es logischerweise einmal pik und dadurch, aber ich konnte es mir auch nicht vorstellen, da steht der König auch noch, also schnell abgeworfen und das Thema ist erledigt. Ja, verspricht eine schnelle Runde zu werden, ich sage es gleich, alle sind hier, ja wie auf Speed könnte man fast sagen, also wir haben alle noch was vor, das Gefühl hat man hier ganz klar, trotzdem denke ich, dass hier ein sehr ordentlicher Skat gespielt wird und hier folgt der nächste Gang. So, Buben zusammen ist mein Gefühl, da passiert es auch, ist typisch, erst den Buben ziehen, dann über die Dörfer gehen, weil noch der Bube dagegen steht, also hat er noch drei unbekannte Karten, fünfmal Kreuz, zwei Buben, logisch, jetzt muss erst mal ein Voller rein, nehmen wir Karo Ass, 23, König 10, 37, jetzt hat er noch zwei unbekannte Karten, drei Kreuzen und den Buben, also wenn er jetzt noch einen Ass dabei hat, dann gewinnt er ohnehin, deswegen gleich eine 10 rausbringen und die läuft durch und mein Partner taucht noch, 50, also wenn der Spieler jetzt nicht eins der beiden Asse hat, dann werden wir gewinnen. Ah, er hat das Pik Ass und er hat einfach die 10 laufen lassen, um das Spiel abzukürzen, alles klar, dann gewinnt er eben. Spiel 3 und jetzt ist Spieler 1 das erste Mal am Zug. Ja, und da kommt der dritte Gang in Folge, der ist auch wieder einfach, also dreimal einfach Gang, wenn er den auch gewinnt, dann ist der Stand wieder ausgeglichen. So, Kreuz 10 ist ja ganz offensichtlich gedrückt, das erscheint logisch, ja, geht auch die Karte auf, schon haben wir es wieder geschafft. Dreimal 98 nach Spiel 3. So, und das Spiel möchte ich natürlich gerne nehmen. Pik ohne drei mit zwei Seitenassen in Vorhand. Klar, eine Verstärkungskarte wäre willkommen, aber ihr seht es schon, ich komme nicht ran und bei 44 ist es dann auch Zeit aufzugeben, auf den Reizwert passen, denn wenn er selber Pik spielen will, dann bin ich auch nicht gut beraten, den zu spielen. So, Kreuz, wohl mit dreien, also entscheide ich mich mal blank auszuspielen, um meinen Trumpf Ass zu retten, das ist die Idee. Ja, und es war eine Idee, aber sie hat nicht gefunst, denn der Spieler hat nur ein Karo dabei. So, Trumpf sitzt jetzt artig, oder habe ich vielleicht in meinem Partner was hochgespielt? Ne, habe ich nicht. Ja, 39. Hier muss ich wahrscheinlich eigentlich Pik 10 spielen, aber es war offensichtlich für mich zumindest, dass da jetzt noch zwei Herzen sitzen, sonst kommt wahrscheinlich nicht gleich die Herz 10. Also, der nächste 48er, diesmal in Form eines Kreuz mit dreien. Ja, und diese Hinterhand, die teste ich natürlich auch nicht. Spieler 1 ist gerade mal schnell eine rauchen gegangen. Ich vermute wirklich fast, dass es so ist. Auch das natürlich im Schnelldurchgang. Also, der zieht hier innerhalb von 20 Sekunden eine Kippe durch und dann ist er schon wieder am Platz und dann geht es weiter. Und ich sage mal, Trumpf sitzt ordentlich. Jetzt versuche ich mal mit Karo König den Spieler in die Falle zu locken, falls er in der bestellten Karo 10 sitzt, weil eine andere Chance kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Deswegen der König. Ansonsten wäre ja die Lusche eher eine plausible Karte. Ja, und da kommt der kleine Anschiss. Die Wimmelfinte mit der Kreuz 9 hat auch geklappt. Ja, 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 ja. Uh, und jetzt Pik 10. Eine Unbekannte hat er noch. Jetzt bei 39 liegen Pik 10. Äh, Pik König, das ist zu wenig. Dann war die Pik 10 wohl gedrückt. Also, das Spiel war tatsächlich, das Spiel war gar nicht so gut. Wir hatten sogar auch schon etwas mehr als 39, 41 schon liegen. Das Spiel war gar nicht so gut. Also, die Wimmelfinte, das Herzvolle rauszulocken, hatte seine Berechtigung. Spieler konnte ja nicht wissen, dass Herz, Ast und Zehn sowieso in einer Hand saßen. Also, ein Trumpf zwar stark mit drei Buben, aber viermal Schrott in der Beikarte. So, jetzt komme ich für 24 ran. Hab natürlich hier auch noch einen Bildersalat dabei. Also, eine kleine Verstärkung wäre gut. Das waren zwei passende Karten. Ein Ast und der letzte Kreuz. Da machen wir den Krang, obwohl der natürlich auch nicht lupenrein ist. Wenn hier Kreuz zu dritt dagegen steht, dann gebe ich vier Stiche ab. Dann ist das Spiel fast ohne Chance. Denn die Bilder, die ich hier auch noch mitschleppe, die sehen natürlich auch nicht besonders freundlich aus. Aber wir sind hier im Rocket. Es ist eine Nullreizung. Das kann alles oder nichts sein. Also hoffe ich einfach mal, dass die Karte glatt steht und Kreuz hier nicht zu dritt dagegen steht. So, Peak, Fallen 13, okay. Okay, ich meine, ich habe gar keinen Peak gedrückt. Also, aha, tatsächlich. Fünfmal Peak in Vorhand, wo der Null gereizt hat. Gut, kann er natürlich auch eine Peakflotte haben. Ähm, das ist unangenehm. 28. Und jetzt tatsächlich steht auch noch Kreuz zu dritt. Zum Glück kommt sie auf den Tisch. Und jetzt muss man natürlich mal wirklich ein bisschen drüber nachdenken. Diesen Stich sollte man jetzt einfach nicht rausnehmen. Denn wenn man dann Kreuz oben unten spielt, dann wird ein Voller reingesenkt. Und dann ist noch genau ein Voller da, den sie anbieten können. Und die Karo 10. So müssen sie jetzt erstmal was auf den Tisch legen. Und damit bin ich jetzt wieder Gewinner. Denn ich kann den vollen Stechenkreuz hoch, raus und wieder zurück. 48. Und jetzt können sie halt höchstens noch zwei Bilder hinlegen. Haben sie nicht geschafft. Lagen nur zwei Luschen. Aber ich schmeiße natürlich ohnehin. Dann Karo ab und gewinne den Gang. Also das Ding hätte dann doch gegen drei Kreuz und den Überstich schnell auf die Rübe gehen können. Habe ich Glück gehabt, dass Kreuz dann auf den Tisch kam. Und vor allen Dingen muss man ja auch noch sagen, dass ich die Kreuz 7 hatte und den jetzt tauchen konnte. Also eine Karte in der Konstellation tauschen. Die Kreuz 8 gegen die 7. Und schon kann ich nicht unterbleiben. Und schon ist das Ding auch in dem Verlauf platt. So, wir sehen ein Kreuz von Spieler 1 in Hinterhand. Ich habe drei Trumpf. Auf dem langen Weg natürlich eine kurze Farbe. Doppel-Lusche ist nicht unbedingt ein prominentes Ausspiel. Ist nicht oft empfehlenswert. Aber Pik als Dame kann ja auch viel kaputt machen. Also ich spiele dann lieber mal aus meiner Schwäche quasi raus und behalte mir noch die Stärke in Pik, um da irgendwas zu schnippeln. Gut, und da sehen wir, das wäre nicht nötig. So, mein Partner Karo Bube. Das deutet natürlich auf einen Sechstrümpfer hin. Also jetzt schnell den Buben abziehen, dass ich nicht mehr rankomme. Und dann das Pik Ass. Huch, was ist hier passiert? Das ist jetzt das erste Mal, dass ich wirklich überrascht bin, muss ich sagen. Was war die Idee von meinem Partner, dass er den Trumpf nicht übernommen hat? Ja, vielleicht wollte er jetzt Herz stechen. Aber wenn der Spieler viermal Herz dicht dabei hat, dann können wir ja ohnehin nicht gewinnen. Also ich glaube, jetzt gibt es eigentlich nicht mehr. Der muss jetzt Karo Ass haben und vier Herz. Nee, hat er aber nicht. Und Herz 10 noch bei meinem Partner. Na, dann verstehe ich ja nun im Leben nicht, warum er den Trumpf nicht übernommen hat. Aber sei es jetzt mal drum, wir haben trotzdem noch einiges gekriegt. Trumpf stand ohnehin glatt. Also ohne Fehler hätten wir das Spiel wahrscheinlich sowieso nicht gewonnen. Kreuz ohne vier waren 60 Punkte. Auch nett. Ja, also irgendwie macht es Laune heute. Es geht schnell. Es sind Karten unterwegs. Gute Blätter. Bei mir, bei den anderen auch. Es wird hoch gereizt auch, muss man sagen. Hier auch zwei Reizungen wieder. Aber mein Ansatz ist trotzdem, finde ich, stark genug, dass ich noch bis 30 gehen kann. Den Herz zumindest nicht zu leicht. Den Karo spielen lasse. Ja, Herz oder Pik oder Kreuz, je nachdem, was man da so findet. Aber für 30 bin ich nicht rangekommen. Und mehr ist er mir dann nicht wert. Irgendwas muss Mittelhand ja auch haben. Und Mittelhand geht hier mit der Karo 10 rauf. Und ich glaube, das war nicht so eine gute Idee. Denn mein Ass steht blank, was er natürlich nicht wissen konnte. Jetzt habe ich noch vier Trumpf dagegen. Da bin ich mal gespannt, wie sich diese Partie entwickelt. Okay, Herz hat er. Zieht Pik, Ass und 10. Also er kann nicht so Trumpf stark sein. Das ist offensichtlich. Sonst hätte er nicht auch noch die Karos dabei. Und damit ist er natürlich rasiert. Hier mit Kreuz, 10, Überstich haben wir 61. Und ich denke mal, es wird auch noch einen weiteren Stich geben. Oder zwei. Da fliegen die Karten. Und da haben wir hier die erste Niederlage. Also Spieler 1 würde ich mal sagen, im achten Spiel hat sich aus dem Rennen um eine gute Platzierung verabschiedet. Das wäre jetzt außergewöhnlich, wenn der sich davon erholt. Da müsste er noch sehr gute Spiele kriegen. Also das erste Mal, dass ich hier die Glocke läuten sollte. Ich habe sie aber noch nicht. Ich habe die Glocke noch nicht bestellt. Die Beetspielglocke. Ja, müsste ich eigentlich mal auf die Suche gehen. Was man da für ein Accessor hier hinstellen könnte. Wurde ja schon gesagt, Stefan Raab, der hat auch so ein Ding, so ein Keyboard, glaube ich, immer gehabt. Na, weiß ich nicht. Wollen wir mal dran und gucken wir lieber jetzt hier wieder mit 4 Trumpf dagegen, ob ich vielleicht das nächste Mal Grund habe, die Glocke zu läuten. So, ich habe das Pikass gesehen. Mein Partner wimmelt die Karo 10. Ich habe die 4 Trumpf dagegen und mein Partner hatte 2. Also es ist ein 5-Trümpfer. Könnte sein, dass er Pikass blank hat, Karoass blank hat und Herz zu dritt. Das ist zumindest so mal meine Vermutung. Gerade wo mein Partner auch noch als oder sogar nur Herzkönig zu dritt. Jedenfalls typische Konstellation bei 5 Trumpf, dass 2 Asse blank wären und noch ein Drilling dabei ist. Herz Ass jetzt bei meinem Partner. Da bin ich tatsächlich überrascht. Oh, und er hat noch Karo Dame. Nee, dann ist er natürlich auf diesem Weg rasiert. Dann hat er tatsächlich Karo Ass, Dame und 3 Pik gehabt. Das ist ja schon eher ungewöhnlich. Vor allen Dingen, dann hätte er natürlich mit der Karo Dame schnippeln können. Das wäre vielleicht seine beste Chance gewesen. Wo ich jetzt Karo geöffnet habe, hätte er tatsächlich den Stich gemacht. Gut, andererseits bekommen wir dann wohl meine Herz 10 auf den Pikstich unter. Also hätte wahrscheinlich ihm auch nichts genutzt. Gut, doch, wo ich drüber nachdenke, er müsste dann natürlich den Karo Stich, das Ass hinterherziehen, dann mich Trumpf wieder einschieben und dann hätte er das Spiel wohl gewinnen können. So, aber Tatsachenentscheidung beim Skat wie beim Fußball ist längst Geschichte das Spiel. Und ich muss hier wieder mit einem sehr schönen Ansatz natürlich 30 erstmal reizen. Und die Findung ist wieder nicht doll. Klar, Vorhand, aber die Herz 10 hat mich natürlich wieder abgehalten, hier gering Hand zu spielen. Und jetzt habe ich Pik gefunden und Pik 8-9-Dame ist jetzt nicht unbedingt ein Gedicht. Schon gar nicht gegen so eine Reizung. So, nun fiel nur Pik Lusche, Pik 10. Kann ja sein, dass Pik noch 2-2 steht, aber fast habe ich den Verdacht, dass Spieler 3 jetzt mit Asskönig 7 da klein geschnippelt hat. Also ich schiebe jetzt lieber den Buben raus und versuche die Pik abzuwerfen. Ah, Pik steht doch 2-2 und Spieler 1 tut mir hier den Gefallen, Pik hinterher zu spielen. Damit habe ich jetzt natürlich Rest und das Spiel ist Schneider. Und jetzt sieht es ja plötzlich richtig nett aus hier. Zwei Mann haben einen auf die Rübe gekriegt, stehen unter 200. Ich habe fast 400. Jetzt noch ein schönes Ding und dann habe ich hier ein Ergebnis hingelegt, was zu einem Preis berechtigt. Und das könnte es doch sein. Das könnte es doch sein, aber jetzt wird wieder mitgereizt von Spieler 1 und das ist natürlich grenzwertig, grenzwertig. Ich tue es ungern, also ich weiß nicht. An einem anderen Tag hätte ich vielleicht hier das Ding weiter hochgezogen. Aber vielleicht war es eine gute Idee so. Denn Spieler 1 hat auch kein Kreuz. Dann muss er Karo von hier bis da haben, wenn er den Buben spielt und nicht direkt Herz klärt. Das wäre noch die andere Möglichkeit, dass er die drei Unterbuben hat und Herz 10, König, zwei Luschen oder drei Luschen. Da er das nicht tut, muss er logischerweise jetzt die Karo-Batterie haben. Denn nach diesem Stich kann er jetzt natürlich nur noch über die Dörfer ein paar Mal hinlangen. Ja, viermal Karo, Rest bei mir. Aber das ging schnell und selbstbewusst, also wird er wohl genug eingefahren haben. So ist es auch klar, zwei Volle gestochen. Karo A-Szenen selber und einiges an Stichen mehr gemacht. Also der Gang war nicht zu schlagen. So, letzte Chance. Daumen drücken, letzte Chance für heute. Und naja, naja. Na gut, ich würde es mal bis 24 treiben, das Spiel. Ja, aber keine Chance. Ihr seht es, ich habe es versucht. Dolle war das Ding natürlich sowieso nicht hier in Mittelhand. Ohne Trumpf voll ist und mit nur zwei Assen, hätte man auch schon sich verstärken müssen. Vielleicht mit dem sechsten Trumpf oder so. Aber da geht Spieler 1 wieder mit einem Grang los. Ja, und Karo habe ich das Ass blank. Das war es auch schon wieder. Abklappgrang von der besseren Sorte. Ja, und jetzt guckt mal bitte auf die Uhr und haltet das mal fest. Ich glaube, so ein schnelles Rocket haben wir noch nicht gesehen. Das war hier wirklich eine ganz schnelle und feine Nummer. Einige schöne Spiele dabei. Ich bin zufrieden. Hoffe, ihr seid es auch. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Und ja, nächsten Samstag machen wir natürlich wieder SenseGuard. Ab und zu brauche ich auch mal eine Pause. Aber nächsten Samstag ist es wieder soweit. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer gut Blatt. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine Pause.